Mit einem unterhaltsamen Programm erfreute die Marienplatzgalerie ihre Besucher am Nachmittag des 29. April. An diesem Tag wurde in der Schweriner Innenstadt zum Sonntagseinkauf eingeladen. Anlass war das Frühjahrserwachen, mit dem der diesjährige Kultur- und Gartensommer eröffnet wurde. Unter anderem begrüßte Maggie, das knuffige Maskottchen der Marienplatzgalerie, die Gäste. Kinder wurden gleich am Eingang fantasievoll geschminkt und das Duo Marco & Friends sorgte live für musikalische Unterhaltung. Gut besucht waren auch die Geschäfte der Galerie, denn viele Leute ergriffen die Gelegenheit, an ihrem freien Tag ein bisschen shoppen zu gehen.